so es geht weiter meine damen und herren kopf brauchen wir nicht partie nummer 117 gegen etienne gardé gardé zuletzt stark verbessert jetzt mit den weißen steinen was wird er spielen ich vermute bauer nach e4 seinen stammzug was wollen wir chat 1 für e5 2 für c5 3 für c6 diese möglichkeiten c5 historisch gesehen oder jetzt kommt bau nach d4 ich habe mich getäuscht etwas neues einstudiert dann nützt uns unsere ganze abstimmung hier nichts denn wir müssen auf den d bauern reagieren 1 für spender f6 2 für bau nach d5 andere züge halte ich nicht für solide genug für unsere zwecke chat ist nicht so an d4 interessiert sagt egal ich spiele meistens spender f6 um etwas flexibler zu bleiben denn der bau kann ja immer nach d5 wenn er denn dahin möchte nachdem wir e6 gespielt haben können wir noch d5 spielen müssen es aber nicht spricht auch nichts gegen bau nach d5 habe ich auch schon tausend mal gespielt um das zentrum zu festigen mit c6 oder e6 was mission anfänger freunde ist spender f6 hält ein paar mehr optionen offen ob wir vielleicht nicht sofort d5 spielen wollen und lässt natürlich auch die tür offen für die sogenannten indischen königsindisch grünfeld indische systeme hier mit dem vier im kettung aber gadea was neues einstudiert er ist bei youtube cheese gelandet die veresoft eröffnung spender c3 plant e4 zu spielen aber es hat den impliziten haken den ich ja immer gerne kritisiere in d4 stellung dass der springer von c3 aus den bauern auf c2 verstellt was es schwerer macht das zentrum zu challengen nachdem schwarz bau nach d5 gespielt hat schwarz sollte bau nach d5 spielen um das feld e4 zu kontrollieren sonst wo weiß jetzt zu e4 kommen würde spaz c3 sinn machen aber nach d5 verändert das schreibt gerne in die kommentare ja hallo ich wollte mal sagen magnus carlson und eric geissi haben aber auch schon verisoft gespielt jubava london ist meine lieblings eröffnung ich weiß chat aber der springer auf c3 verstellt trotzdem den bauern deshalb hat dieser zug strategisch einen ernsthaften haken weil es dadurch schwieriger ist ums zentrum zu kämpfen die beiden hauptzüge hier sind läufer nach f4 das ist der moderne zug und der ältere zug ist läufer nach g5 um den läufer rauszubringen auch wieder typisch bevor wir den e bauern ziehen wollen wir erst mal dass der läufer hier freie sicht hat wenn jetzt er die spiel sofort e3 eben das problem hat dass der läufer auf c1 eingesperrt ist und wir sehen der läufer steht hinter seinem bauern kriegt jetzt nicht die möglichkeit so viel zum spiel beizutragen erstmal schwarz hat mehr möglichkeiten ich könnte mich hier entwickeln den läufer fieren kettieren ich könnte den läufer rausziehen aber ich spiel den zug der meinem herzen am nächsten ist komplizierter fortgeschrittener zug aber ich setze sofort den c bauern ein um ums zentrum zu kämpfen kennt ihr ja von der letzten partie zum beispiel mit vertauschten farben so spielt man auch im damengambitiert jetzt weiß dass mehr tempo sprenger c3 der springer ist schon draußen aber aus den genannten gründen steht der springer auf c3 auch nicht immer ideal vor dem bauern nach c5 spielt sollte man sich natürlich fragen wenn er hier wegnimmt kriegt den bauern wieder oder kriegt dafür genug spiel das ist immer eine komplizierte entscheidung hier wenn er schlagen würde könnte ich bauern e6 spielen zum beispiel greift den bauern an wenn er ihn dann mit bauern nach b4 verteidigt kann ich bauern nach a5 spielen diese bauern kette sprengen ist schon relativ kompliziert aber da ist es wichtig dass bauern nach a3 nicht geht ich dann hier schlagen kann der bau nicht zurückschlagen kann weil der drum weg ich weiß das ist für euch das kleine 1x1 aber falls wir hier neue zuschauer haben einmal kurz erklären 3 gut gespielt der sprenger muss raus auch hier gelten die eröffnungsprinzipien sprenger soll raus der läufer soll raus und es soll kurz hochiert werden ich werde diesen springer hier ins gefecht führen sprenger c6 die schlicht c5 ist aber auch keine große drohung wegen bauern e6 und damit behalte ich mir optionen offen ob ich hier auf d4 schlagen will ich erstmal den läufer rausziehen möchte weil ich gleich bauern e6 spielen möchte hier laufen hat d6 alles sehr flexibel zu zog solange ich mir sicher bin dass eben dieser braun nicht geschlagen werden kann auf b5 wieder gut gespielt also gade gade ist verbessert er zieht die figuren raus entwickelt sich bringt sein könig in sicherheit wenn auf c schlicht der auch noch e schlicht d spielt das letzte was wir noch raus kriegen müssen ist dass der sprenger auf c3 nicht so gut steht alles gute züge und jetzt wäre es schon ein bisschen heikler hier laufen nach g4 zu spielen darüber müsste ich kurz nachdenken denn dann ist d schlicht c schon ein thema bau nach e6 bau nach b4 bau nach a5 scheint noch zu gehen aber laufer g4 d schlicht c dann bau nach e6 spiel kann zum beispiel auch damit d4 spielen sorry weiß es zu komplizieren aber ich versuche hier meine gedankengänge zu erklären ich könnte damit d4 spielen um den bauern zu verteidigen und diese fesselung hier auszunutzen was es relativ kompliziert machen würde ich bin nicht ganz sicher ich werde es trotzdem machen der einfachere zugwer c schlicht d4 so wie wir es in der letzten partie mit vertauschenden farben gespielt haben dann schlägt er zurück e schlägt d oder schlägt d4 und dann entwickeln hier wir gehen risiko und fesseln ihn sofort zurück auch hier wieder der sprenger auf c3 ist okay ist eine entwickelte figur aber er trägt nicht so viel bei wisst ihr wie ich mein der punkt hier ist gedeckt hier das feld ist kontrolliert und weiß hat halt nicht den hebel bau nach c4 den er gerne hätte oder bau nach c3 um das zentrum weiter zu stützen also der sprenger auf c3 sieht immer ein bisschen unästhetisch aus trotzdem weiß ist okay mit weiß solange man die figuren entwickelt und könig in sicherheit bringt kann man alles möglich machen er hat hier diverse optionen kann man läufer angreifen er kann rochieren einfach oder er kann den bau nach schlagen worüber ich ja kurz nachgedacht hatte alles legitime züge wenn der bau schlägt überlege ich auch ob ich bau nach e5 spiel vielleicht sogar das zentrum weiter zu besetzen aber er spielt kurz auch gerade vollkommen in ordnung bringt den könig in sicherheit ich sollte mich ebenfalls darum kümmern die entwicklung hier nachzuholen dafür erstmal bau nach e6 spielen hat zum einen Vorteil ist der laufer jetzt den bau verteidigt das heißt ich muss nicht schlecht drüber nachdenken was passiert wenn er schlägt und zum anderen werde ich den laufer natürlich rausziehen und dann kurz rochieren jetzt gibt es diverse möglichkeiten der prinzipiell zugewehr denke ich bau nach h3 wenn ich dann die fesselung aufrecht erhalte kann er überlegen bau nach g4 zu spielen bau nach g6 spiel nach e5 das ganze noch komplizierter machen aber die weiße schon krankt halt bisschen daran dass zum einen dieser laufer eingesperrt ist zum anderen dieser hebel nicht da ist wie es weitergehen soll also spiel viel besser ich bin trotzdem ja ein riesen fan davon dass er jetzt hier zu d4 switch darf leider was einstudiert aber die stellung liegen ihm nicht so die bau nach e4 stellung also ich würde an seiner stelle und anstelle der meisten relativ neue spieler erstmal bei bau nach e4 bleiben oder angefangen zum spiel bau nach h3 wieder richtig wie gesagt deutliche verbesserung auf allen ebenen und laufer nach h5 ist ehrlich gesagt ein riskanter zug weil dann g4 spielen kann laufer nach g6 sprenner ein e5 dann hier mit bau nach h4 weiter nerven ich weiß nicht zum einen weise nicht wie schlimm es ist zum anderen weise nicht wie wahrscheinlich das ist aber wollen wir es rausfinden ich könnte solide spielen einfach hier schlagen ich stehe okay gambol oder nicht gambol muss ich kurz drüber nachdenken wie schlimm es ist laufer nach h5 g4 opfer macht keinen sinn laufer nach g6 sprenner nach e5 greift hier an ich denke irgendwie da und c7 oder trug c8 dann h4 ist immer die frage wie lästig das ist ich glaube ehrlich gesagt es ist lästig das ist immer eine entscheidung behält man den läufer oder schlägt man ich glaube hier ist richtig zu schlagen sagen es ein bisschen läsch entscheidung entscheidung ja sobald ich sehen kann ist die schenke nicht toll hier sehe ich irgendwas ich glaube nicht schweren herzens denn normal ist es ja keine gute idee den läufer einfach für den sprenger herzugeben gerade wenn die weiße dame rauskommen kann aber ich glaube hier ist richtig ist jetzt alles rechts er wird oder sollte jedenfalls mit der dame zurückschlagen da werde ich wahrscheinlich hier schlagen der baum schlägt zurück und dann ist die struktur im zentrum erstmal relativ fix dann kann ich einfach die figuren rausbringen die läufer nach e7 läufer nach d6 wenn ich ambitionierter bin vielleicht auch nach b6 diesen bauern hier anzugucken aber ich habe nichts zu bemengeln ja das c-baum blocken werde noch ein bisschen dauern aber trotzdem sonst gute züge hier von eddie jetzt überlegt er vielleicht überlegt er aber erst hier schlagen sollte bringt nicht viel kann er machen aber würde nicht viel ändern aber warum mit bauern kannst du mit der dame schlagen der bauer verteidigt vielleicht dachte er er seinen bauern verliert aber der springer ist ja gefesselt mit dem bauern schlagen ohne not schwächt halt den eigenen könig nicht den könig schwächen wenn man es nicht muss hier die lochade und ich denke normalerweise würde eddie auch einfach mit der dame zurückschlagen vielleicht ist hier wieder der faktor dass er denkt oh was wird der großmeister sich da für eine teufel ausgedacht gar nichts gar nichts ich musste nur versuchen den besten zug zu machen läufer weg wäre zu riskant gewesen deshalb vielleicht ein bisschen over thinking hier so trotzdem wie mache ich weiter hier weg nehmen sieht normal aus da kann mir der dame schlagen ich weiß nicht wie man das sieht wahrscheinlich schon oder ich könnte aber einfach irgendwas entwickeln aber ich nehme mal hier weg klären wir die lage e schlägt d wer jetzt nicht sehr ästhetisch ansprechen weil dann diese bauern weitere unterstützung verlieren sollten so jetzt muss er eigentlich mit der dame schlagen aus strategischen gründen ja die will auf der gillian greifen das kann sein das kann sein aber es ist eine riskante riskante taktik so eine ähnliche partie haben wir schon mal in diesem match da kam auch damals schlägt d4 irgendwie läufer raus könig h1 rochade da habe ich vergessen dass die dame angegriffen war nach der rochade dann vergesst nicht dazwischen zu schlagen aber zu machen dann darf man den gm aus dem buch bringen ja über das thema reden wir ja häufiger den gm aus dem buch zu bringen auf kosten der stellung ist meist keine keine sehr gute idee also je länger er gesunde Züge macht desto länger bleibt seine stellung auch gesund so eh schlicht d gespielt aber jetzt sind diese bauern halt hier sehr unästhetisch platziert ok ich sollte irgendwann mal ein paar figuren entwickeln also ziehen wir den läufer hier raus am horizont sehe ich schon einiges die dm springer h5 dame h4 bevor wir uns hier dem weißen könig widmen sollte ich es hier entwickeln schon nach r1 logisch ich denke ich roch hier oder bau nach f4 ok einige möglichkeiten der zug der mich spontan anlacht bau nach g6 zum einen um hier f5 aus der stellung zu nehmen zum anderen um sprecher nach h5 vorzubereiten was ich gerne spielen würde und die dame hier rüber zu bringen anderer zug der gut aussieht ist sprecher nach e7 behindert auch f5 weicht dem abtausch aus und der sprecher kann hier auf diesen feldern rum springen also beides verlockend und hier bringen wir den springer rüber wahrscheinlich sollte er die ankunft des springers hier antizipieren den läufer der auf b von wir es nicht mehr so viel zu tun hat zurückbringen nach d3 dass er den bei bedarf weghauen kann ja mit dem geschwächten könig ist die stellung natürlich nicht so leicht jetzt ich hätte hier mal mit fm titel eine chance dieses match zu gewinnen also eine von tausend partien gewinnen würde ich immer mit fm titel sehr sehr sicher ob er ein tausend partien match gegen mich gewinnt ich hoffe nicht aber die idee dieses match ist ja ob er die eine von tausend partien gewinnen kann eben mit der bedenkzeitung das würde ein viele meister fm ist der dritte höchste schachtitel viele meister schaffen so sprecher e2 zieht sich zurück was kann ich tun ich könnte jetzt zu meinem ursprünglichen plan zurückkehren sprecher nach h5 spielen den bauern im blick behalten hat auch den vorteil ist sprecher g3 erschwert weil ich dann hier wegnehmen kann oder ich könnte sprecher g6 oder sprecher f5 spielen alles gut aus ich glaube ich stelle den sprecher hier an den rand bei sowas natürlich immer dreimal gucken dass er nicht geschlagen werden kann direkt dass der sprecher im weg steht hier ist dieses feld wieder frei der sprecher am rand ist nicht immer toll ist ja die redensart aber wir haben einen relativ klaren plan hier unterstützung zu bringen gegen den geschwächten weißen könig wenn hier zu viele meiner figuren auflaufen wird es irgendwann eng ich habe ein tatoo chat schein wasserfest zu sein also habe ich hier eine feuerlasche auf die hand tätowiert kann man aber brauchen er überlegt nicht leicht hier gute züge vorzuschlagen ich würde immer auch zu laufen nach d3 tendieren zum einen steht der läufer hier allein auf weiter flur zum anderen würde den läufer auf d3 verhindern oder nicht verhindern aber erschweren dass ich hier zu viel figur in den angriff bringe spielt aber nach d2 versucht den kollegen weiter zu unterstützen aber der bauer ist ja gar nicht so mein primäres ziel jetzt kann ich einfach bei meinem plan bleiben sprach g6 und dame raus früher oder später rächt sich hier die schwächung des königs der bittere situation material ist gleich wenn man denkt weiß er noch nicht wie falsch gemacht aber ich sehe relativ wenig hoffnung das hier noch zu retten der könig ist aber zu schwach meine figuren sind schon zu aktiv in unmittelbarer nähe dieses königs der nächste zucht dabei nach h4 wird schon extrem unangenehme frage stellen also paar kleinigkeiten die sich summieren aber das große ding ist dieses ohne not g schlicht f3 zu spielen den eigenen könig zu schwächen ist normalerweise keine gute idee und wir sehen auch hier die paar sachen die ich am anfang erwähnt hatte der laufer auf c1 wurde eingesperrt noch nicht viel beigetragen der läufer hätte hier zurück gehen sollen der sprenger muss halt nochmal ziehen um irgendwie mit zu machen also ärgerlich für eddie noch gar nichts falsch gemacht denkt man und partie schon so gut wie vorbei der uhr wird es auch knapp er sucht hier nach einem ausweg es gibt keinen ich weiß nicht was ich machen würde da haben wir vielleicht ein e3 vor der f5 ist ein ganz guter versuch er sucht bevor ich hier weiter aufmarschiere ein bisschen gegenspiel zu organisieren vielleicht auf e schlicht f5 damen nach g5 zu spielen die damen loszuwerden ich habe einige verlockende züge kurz überlegen welche welche am meisten verlockt sprach h4 sieht schlau aus droht hier die gabel und greift den bauern an ich kann einfach wegnehmen natürlich oder ich könnte sprach f4 spielen was hier mit dem weiteren gemeinen eingreifen der dame droht sieht alles stark aus sprach f4 seht doch nicht wie ich direkt gewinnen nach schlägt schlägt und läuft nach f1 schwarz ist auch da gut aber am besten gefällt mir so rot hier unauffällig die springergabel die sehen wir wieder jetzt den ball auf g2 haben und wir könnten uns den ganzen ärger hier ersparen es droht ein bisschen zu tilten wenn er jetzt zum beispiel dame g5 spielt dann kommt die gabel und das risiko müssen wir eingehen wer war eins hat die gabel gesehen er versucht wegzulaufen ich kann immer noch gabeln denn der springer greift ja auch den turm an kann noch etwas besseres machen ich kann auch noch wegnehmen aber ne spielen wir es prosaisch zweifelsfall langweilige spieler wie ich wenn man material gewinnen kann dann kann man das ruhig machen und eddie gibt sich schon geschlagen ja das war paar kleinigkeiten die sich summiert haben und dann war es auf einmal schnell vorbei wir machen noch schnell die analyse das herr weiter so hier oben sehen wir die engine bauer d4 hab ich ja schon gesagt ich würde elli raten weiter bei bauer e4 zu bleiben und vielleicht ein rezept gegen sozialisch was ich zulässig gespielt habe zu suchen gegen bauer e5 ist ja schon recht sattelfest bauer d4 spanner hf6 wie gesagt bauer d5 oder spanner hf6 beides gute züge beider und nachteile spanner c3 sehr populär gerade heutzutage weil es ein schnelles rezept ist bauer d5 dann lernen wir laufer f4 zwei varianten fürs ready aber es hat halt einfach den strategischen haken dass es diesen bauer verstellt der in d4 stellung richtig ist um entweder am zentrum zu kämpfen oder den kollegen auf d4 zu unterstützen also ein thema das wir schon in vielen videos hatten ich weiß wie gesagt dass das ein populärer zug ist aber aus neuer spielersicht nicht mein lieblings so was strategisch ist so hier ist der hauptzugelaufen af4 dann gibt es alles mögliche an theorie c5 laufer g4 a6 e6 you name it aber eddie spielt e3 gegenfesselung das dachte ich der aggressivste zug ich hatte kurz überlegt was passiert wenn er hier schlägt ich dann e6 spiel oder e5 diese bauen zurück zu kriegen naja scheint alles in ordnung zu sein für schwarz weil der engine vertrunken also wie geschah es laufen nach g4 rochal ist okay bau nach e6 jetzt ihr seht schwarz steht schon ein bisschen besser was er nicht sollte nach sieben zügen obwohl weiß nichts schlimmes gemacht hat aber das ist halt diese kombination von spiel nach c3 und e3 bau nach h3 und jetzt war ich mir nicht sicher laufer gf3 fühlte sich nicht sehr ambitioniert an aber ich hatte angst nach laufer h5 das g4 kommt laufer g6 sprenger e5 und ich habe dieser stellung nicht vertraut computer sei es gut für schwarz dame nach c7 h4 und ich habe es nicht gesehen er sagt einfach h5 spreche schlicht g6 f schlicht g was sehr schwächt ich wollte das nicht aber schwarz ist hier so aktiv dass das in ordnung zu sein scheint sorry kurzer exkurs aber vielleicht den nehm ich ich habe hier mit mir gehadert ob ich den läufer geben soll oder nicht und es war nicht nötig ich hätte noch erwünscht laufer f3 und hier das ist eigentlich ein no-brainer hier mit der dame zurücknehmen ich weiß nicht ob er die angst hat dass ich den bauern schlag aber der springer ist ja gefesselt also hier mit der dame zurücknehmen ich hätte hier geschlagen c schlicht d e schlicht d irgendwas gespielt und ok weiß muss diese springer schon korrigieren jetzt springer e2 spielen c3 und dann haben wir nach wie vor eine normale stellung g schlicht f3 schon sehr riskant c schlicht d und hier also summierten sich so die kleinen sachen jetzt steht schwarz schon deutlich besser aber hier muss weiß mit der dame schlagen um die struktur einigermaßen kompakt zu halten denn nach e schlicht d wie es in der partie kam sind diese bauer sehr sehr alleine und die stellung spielt sich für schwarz schon ziemlich von selbst torner e1 rochade borner f4 geht auf nach g5 also das ist vielleicht bessere chance aber diese schwächen sind halt chronisch und früher oder später werde ich hier angehalten sei es mit springer h5 mit laufer zu 7 damit d6 indem ich den springer hier rüber bringe also es sind einfach so viele felder schwächen die hier nicht mehr von bauern kontrolliert werden können was sich rächen wird borner f4 sprecher e7 bringt den kollegen rüber war von nach d3 hätte ich gesagt wäre besser gewesen um den bei bedarf abzutauschen sprecher e2 zwar grundsätzlich richtig der springer steht ja nicht gut auf c3 aber kommt nicht rechtzeitig sprecher nach h5 nimmt den bauern aufs korn teil nach d2 jetzt gruppieren sich meine kräfte hier zu schnell am weißkönig flügel also die strategischen fehler rechnen sich hier partie ist relativ vorbei bauern nach f5 eigentlich eine gute idee bevor ich zu damen nach h4 komme versucht er hier noch irgendwie die lage zu verwehren und wenn ich den schlagen würde könnte weiß mit damen nach g5 immer noch versuchen einen damen ausflugs verhindern aber nach sprecher nach h4 sind wir wieder die probleme der weißen königsteuerung ist roti gabel sprecher noch hier schlagen und es geht nicht mehr viel mit der damen nach d3 das hatte ich auch überlegt ich wollte aber sprecher nicht f5 spielen gab vielleicht auch andere züge aber ich wollte einfach hier wegnehmen und die weißen probleme bestehen weiter könne f1 erlaubt die gabel sprecher f3 und er hatte ja auch schon wenig zeit gibt sich geschlagen er hätte ja noch ein bisschen weiterspielen können aber mit weniger material und dem könig der nach wie vor in der mitte ist die lage ziemlich hoffnungslos trotzdem wir sehen nach wie vor den fortschritt also es waren ja keine einsteller und die figuren wurden auch alle entwickelt hier waren es halt ein paar strategische dinge eddie ist ja kein sehr erfahrener bauner d4 spieler die sich summierten die einfachste was wir merken können ist der springer gehört nicht nach c3 oder c6 in d4 stellung und diesen läufer ohne not einzusperren muss auch nicht sein umgekehrt wir sehen ja häufig hier hier rate ich ja dazu hier ist es ja mit not sozusagen weil unser zentrum angegriffen wird hier ist halt priorität das zentrum zu sichern aber sonst die kombination von spieler c3 e3 nicht ideal alles haben wir besprochen trotzdem wieder gute partie es bleibt spannend danke für die aufmerksamkeit so guck mal was er die macht blutlichter danke für das sub irgendwas anderes probieren ich habe sofort gemerkt d4 ist also wie ich gesagt habe 95 prozent alle meiner partien habe ich e4 gespielt das heißt d4 war ich schon nach drei zügen schon wieder nur fragezeichen im kopf jo ich habe es eben hier auch nochmal ja besprochen mein rat wäre ja ich weiß mein rat im match ein bisschen komisch aber mara wäre bei e4 zu bleiben jetzt d4 noch neues fass auf mal sind halt strategisch wieder ganz neue sachen und das summierte sich dann schnell der grund warum ich d4 gespielt habe war dass ich halt gedacht habe okay ich will mal gucken du hast ja gesagt nicht auswendig lernen sondern verstehen so und ich wollte gucken ob ich das was ich jetzt gefühlt bei e4 besser verstanden habe ob ich das eben auch dann übertragen kann wenn ich noch nicht so viel routine habe und habe aber relativ schnell gemerkt bei d4 schon nach dem zweiten dritten zug wusste ich schon nicht mehr so richtig so verdammt wie wie verteidige ich alles ohne mich zuzustellen ohne die entwicklung zu blockieren und bin da schon relativ schnell ins schwimmen gekommen und ja es gab für mich so zwei richtig schlimme fehler das war eine war dass ich die eigene fesselung von deinem c6 springer verpeilt habe also ich dachte ich habe vergessen dass der ja gar nicht dass der ja gar nicht angreifen kann auf d4 ja das dachte ich mir her nachdem ich da schlage den springer muss natürlich mit der dame zurück schlagen und dann ist nichts schlimmes passiert ganz normale stellung und ich hatte halt gedacht ich habe die wahl entweder ich verliere einen bauern oder ich reiße mir eine lücke da in den könig in die königs struktur und dann habe ich halt abgewogen dachte naja ok wahrscheinlich königs struktur immer noch besser als ein komplette bauern zu im zentrum zu verlieren aber ich hatte halt total verpeilt dass dass der ja dass ich ja mit der dame hätte schlagen können weil du gar nicht zurückschlagen hättest können solange du nicht bruchierst genau also das habe ich einfach das ärgert mich ich habe da echt ja vor allem das ist ja auch schon häufiger passiert dass ich durch diese fesselung dass ich da immer mal was verpeile mal hast du dich raus rotiert und ich habe es rotiert und ich habe es vergessen oder keine ahnung das nervt mich und das zweite ding war dann was war das du hast auch gerade angesprochen also einmal hier das zurückschlagen das war schon so mit das dümmste ja hier ist hier dann nochmals wieder so ein fesselthema aber nachdem ich hier wegnehme jetzt musst du mit der dame schlagen weil nach e schlägt d ist seine bauernstruktur halt sehr sehr kaputt die ganzen bauern hier stehen dann alleine und der könig ist so schock weil ich dachte der bauer weil ich hatte irgendwie nicht das gefühl dass der in der verteidigung des königs irgendwie eine große rolle spielt der der e bauer und die dame hatte ich halt schiss die so ins zentrum weil du da seine springer so hattest und so und dann hatte ich gedacht so gott wenn ich die jetzt da ins zentrum stelle dann laufe ich gefahr irgendwo wieder eine gabel oder irgendwas nicht zu sehen oder die dann gleich in zwei drei zügen kommt wenn die da so präsent ist ja das stimmt auch und hier die stellung ist auch schon nicht mehr toll aber das ist ja das geringere übel weil da eh schlägt den selbst wenn der bauer nicht so viel beiträgt also diese drei bauern wenn sie sich gegenseitig nicht decken können und den könig nicht verteidigen können habe ich einfach zu viel angriffs ziel das später gemerkt in der partie ich komme meine figuren darüber und die ganzen felder sind so geschwächt dass man das nicht alles halten kann und hier dame schlägt die vier dann bleibt die formation ein bisschen kompakter der bauer deckt noch das feld der kann hierhin gehen das von den kollegen gedeckt also schlag ist auch nicht toll nachdem der könig so offen ist aber das war das geringere hatte ich ich hatte halt so ich habe halt du hattest dann den f läufer hattest du glaube ich auf d6 ja und ich habe dann gedacht okay das macht mir irgendwie sorgen dass da alles schon so richtung könig sich langsam so formiert und dann dachte ich um den läufer irgendwie abzuschneiden kann ich ja den bauern einfällt vorziehen der ist ja gedeckt von meinem läufer dann und ich habe dann hast du dann hast du dann hast du nach der rochade hast du deinen springer auf e7 und dann dachte ich mir okay du willst wahrscheinlich auf g6 und dann würdest du den angreifen den bauern den ich vorgeschoben habe direkt und dann hattest du plötzlich aber zwei springer auf dem plus den läufer und dann dachte ich okay scheiße das jetzt dreimal angegriffen das war der mom da ist sehr viel zeit reingegangen nur um diesen bauern zu beschützen und dann bin ich auf die geniale idee gekommen ich schieb die dame auf d2 weil dann ist er ja auch dreimal verteidigt ja stimmt aber wenn man eine wichtigere figur vorderer front hat und dann ist mir aufgefallen in meiner rechnung war okay dreimal angegriffen dreimal verteidigt cool und dann als ich es aber dann durchgerechnet habe ich gesagt nee scheiße die dame ist ja zu früh dran die kann ja gar nicht mithelfen und dann war das kind schon in den brunnen gefallen aber das ist häufig so hier die strategische fehler werden dann zu taktischen problemen im prinzip dass du die schwächen hast also hier gibt es dann schon keine gute lösung mehr wenn für mich dass die ganzen fälle geschwächt sind relativ einfach ist ich ziehe meine figuren hier rüber dann nach h4 und irgendwann wird halt der bauer weg sein oder dem könig was schlimmes was passieren und mit weiß sitzt man da und rechnet verzweifelt so wie kann ich das alles parieren aber ist schon sehr schwer weil der könig hier so so alleine stand und wurde auch die zeit knapp aber ja es waren die zwei sachen aber das hast du ja auch schon richtig erkannt hier mit der dame zurückschlagen ist besser und danach eben noch mal mit der dame hier schlagen die struktur ist kompakter halten in eröffnung das ist die eine sache wenn wir sonst nix merkt über d4 stellung der springer gehört nicht freiwillig nach c3 oder c6 ich weiß bei c3 ist ein theoriezug aber er versperrt dir halt immer diesen bauern und dadurch hast du später immer probleme entweder den kollegen zu verteidigen oder irgendwie druck aufs zentrum zu machen das machst du auch mit vertauschen farben häufig dass du keine ahnung jetzt letzte partie nicht mehr also da war ja auch fortschritte aber in solchen stellungen den springer freiwillig hier hinstellst also das ist eigentlich immer falsch in stellen wo d4 d5 gespielt wurde den springer ohne not vor den eigenen c bauern zu stellen aber wenn ich jetzt zum beispiel e3 gespielt hätte oder oder springer f3 dann wäre es doch wieder so defensiv gewesen f3 ist ein viel besserer zug f3 brauchst du ja sowieso du willst ja kurz rochieren der springer muss aus dem weg und du behältst hier halt noch die möglichkeiten offen was wir mit dem c bau machen wie wir die figuren rausziehen aber in d4 stelle wie gesagt ich würde das fast nicht auch mal an der stelle aber die normalen züge die man am anfang spielen will sind sprenner f3 und häufig dann bau nach c4 um ums zentrum zu kämpfen erstmal und dann erst sprenner c3 so spiel ich ja immer dieses damengambit aber das ist ja alles deutlich komplizierter weil du halt schwerer zu hoch harte kommst wenn du d4 spielst so bei e4 ist es relativ leicht der springer geht raus der läufer geht raus was auch immer und wir hochieren und d4 macht das ganze noch mal ein bisschen weirder aber deshalb die eine faustregel die wichtig ist weil ich ja auch häufig d4 spiel nicht freiwillig springer nach c6 oder c3 stellen werden sie den c bauern verstellen gut gut gespielt jan dankeschön dankeschön es war meine freude es bleibt spannend meine damen und herren ich meine damen und herren ich danke ich danke ich danke